Vor genau einem Monat bin ich nach Hinamizawa gezogen. Mittlerweile fühle ich mich pudelwohl hier. Das ist der Fuhude-Schrein. Hier findet jeden Sommer eine Fete statt. Die Baumwolle repräsentiert unser Innerstes. Sie saugt alles Schlechte in sich auf und dann lassen wir sie den Fluss runtertreiben. Seit vier Jahren verliert während des Watanagashi-Festes ein Mensch sein Leben. Mein sechster Sinn sagt mir, dass ihre Freunde etwas mit dem mysteriösen Todesfen zu tun haben. Das junge Fräulein hat in einem Tobsos-Anfall alle Fenster der Schule zerschlagen. Sag schon, was habt ihr mit mir vor? Das weißt du doch ganz genau. Halten sie mich ruhig für verrückt. Aber ich habe das Gefühl, dass mich jemand umbringen will. Wir sehen uns morgen in der Schule, Keiichi. An diesem Abend sangen die Zikaden lauter als sonst. Man könnte fast meinen, dass sie mich warnen wollten. Denn sie wussten, was bald geschehen würde. Und ich war kein bisschen darauf vorbereitet. Wie konnte ich auch. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020